Servus Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video aus Finaliguria, Vlog 2. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Trail Nato Base abgeworfen worden. Wir nehmen euch mit auf der DJI Osmo Action 3 und wollt ihr noch was sagen? Ja, es reimt sich sogar. DJI Osmo Action 3. Abonniert die Glocke und dann nehmt euch mit in den Tag Finaliguria Vlog Series. Let's go! Surfin! So Freunde, die ersten Trails sind schon abgehackt. Wir fahren jetzt weiter runter wieder in den Ort. Dann werden wir wahrscheinlich mal da gucken, was wir noch machen, eventuell baden gehen. Basti hat nämlich ne dicke Delle in seiner Felge. Und die können wir auch nochmal, komm wir zeigen die einfach nochmal kurz. Hier, hier, hier. Ah fucks gegen das Licht. Irgendwie hier so, bis in die Richtung. Ja, dann müssen wir einfach mal schauen, was wir da machen. Ja, jetzt schauen wir erstmal, fahren wir erstmal runter und dann machen wir die Kamera wieder an. Bis dahin. Ja. Alles aber viel besser. Ihr gefixt, sagst du? Fast. Kurze Mittagspause hier gemacht. Cappuccino getrunken. Und ne Coke. Jetzt machen wir uns weiter auf dem Weg nach unten in die Stadt. Und dann schauen wir mal, was wir machen. Let's go! Oh, was ist eigentlich hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Einfach random ne Mefküche. Nein, keine Ahnung. Irgendwas ist das hier. Musikabel und so. Ja, wir machen jetzt erstmal natürlich auf den Weg nach unten und dann... We see us there! Let's go! Erstmal für das Eis. Joghurtabwehr. Türen uns jetzt hin. In dreiviertel Stunde nehmen wir dann wieder das Shuttle nach oben. Rollercoaster und dann nehmen wir da mal einen Trail nach einer Anbindung, die ich da rausgeguckt habe. Und dann fahren wir das mal ein bisschen abhilden, glaube ich. Ja, ihr seid dabei. Was hier hat sein Laufrad halbwegs wieder gefixt. Das sollte funktionieren. Ja, bis dahin. Wir genießen noch das Eis. Und ja. Hier der Bus Stop, der Touristop hier. Jeder kennt ihn wahrscheinlich vom Rollercoaster, der schon mal hier war. Hier hält man wahrscheinlich immer mal an. Um sich die geile Aussicht hier zu können. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das da unten ist, aber... Sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Und die Berge hier nochmal, hier kann ich das nochmal ganz zeigen. Wirklich. Also es ist wirklich, wirklich schön hier. Geisteskrank. Auch die Sandstrände da hinten. Guck mal, schön mit dem blauen Wasser. Das sieht geisteskrank. Das sieht geisteskrank aus. Das sieht schon mal richtig geil aus hier. Schön rough. Gucken was hier so kommt. Da war irgendeine Wurzel, die mich weggekickt hat. Ja, jetzt habe ich hier ange... Ich kann schon fahren. Ich muss das ja auch für euch safe machen. Boah! Hohoho! Alter! Wuh! Kill Bill, alter! Wilde Angelegenheit. War nie gefahren. Wuh! Echt aufpassen hier. Geil, alter. Das sieht doch richtig cool aus. Wuh! 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 Boah! Boah! Jetzt walt ich mal auf die Jungs. Wuh! 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 Diese engen Kurven! Huuiuiuiui! Wuh! 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 We're on going! Willia noch ein bisschen auf die Jungs warten! Okay! Wann wir nicht sagen, dann fahr wir mal von hieraus los. Entschneiden! 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 Entsneiden, words! Black Trail! alles zum ersten mal es sieht so geil aus einfach hängen geblieben wir stehen jetzt hier gerade eine übelst geilen absatz und macht man kurz ein video für die fans auf instagram könnt ihr gerne vorbeischauen laden wir das dann hoch aber wir wollen mal ein bisschen was filmen hier das finale hier die schönen trails da muss man mal ein video machen seid ihr bereit? let's go ich bin auf einer guten 15-minütigen tour auf der straße hinten am strand angekommen wo wir jetzt baden gehen werden hinter mir die jungs und vor mir jetzt hier die strandpromenade und jetzt werden wir unseren strand fahren und am baden gehen let's go so angekommen noch mehr mit den jungs schaut es euch an alter geil richtig wild und jetzt wird erstmal eine runde baden gegangen bisschen windig ich hoffe ihr könnt mich ordentlich verstehen und dann geht es ab so ein bisschen sonne abbekommen aber das war es jetzt mit tag 2 die daily vlogs werden geliefert und wir sind heute schon wieder mit einem neuen video am start hier die jungs am chillen wir hatten einen echt heftigen tag weil im nächsten video sagen wir euch dann was wir genau heute machen aber ich hoffe es hat euch gefallen abonniert die glocke schreibt einen kommentar teils euren freunden und dann sehen wir uns bis dahin die daily vlogs werden geliefert wenn wir wieder zwei zur